Hoffentlich gelingt es mir, diesmal ein Monster zu erschaffen. Schatten, ich hole mir ein Glas Wasser. Pass bitte auf den Generator auf. Vielleicht könnte ich mir die Katze schnappen und sie in den Generator werfen. Schatten, wo bist du? In diesem Moment hörte die Hexe einen lauten Knall aus dem Generator. Hilfe! Ich bin doch die Katze. Das wird mir zu viel. Ich muss das Monster aufhalten. Das Gespenst lockt das Monster zum Zaubersee. Warum bin ich nass? Das war ein tolles Abenteuer. Bis zum nächsten Mal.